Norddeutscher Rundfunk 2021 Grundsätzlich ist auf der linken Seite das Dorf, auf der rechten Seite ist das Churhaus. Das Gute kommt immer von links und das Böse kommt von rechts. Ja, dann geht's. Willkommen im Haus der Armut. Ich habe gehört, dass ziemlich viele Leute entlassen kommen müssen. Das ist das, was mich interessiert. Durch die Armut ist noch niemand reinkommen. Was wir brauchen, sind Arbeitsplätze, nicht bettende Reiche. Das geht uns etwas an, wenn der Dobe mit Organs kalbt. Rundfunk. Du bist Schriftsteller. Und Schriftsteller her naturgemäss erblühen, die Fantasie. Das einzige weibliche Wesen, das neben mir im Haus geduldet wird, ist... Elsie. Sie verwöhnt euch an der Bar. Und dann hat der Jimmy mich eben in der Milch. Der Manny hat der Joe gebissen. Elsie. Was zum Teufel ist in der Milch passiert? Was hat in der Milchgefütze passiert? Das kann sich sogar ein Polizist ausdenken. Der Vorwurf einer Vergewaltigung wiegt schwer. Er kann das Leben eines Mannes vernichten. Er kann das Leben sein. Wenn ich die Vorwirkung sehe. Wenn das mit dem Erschiessen was werden soll, dann musst du unbedingt die Sicherung hier rausnehmen. Das Dorf verarmt. Schämt mich. Wachet auf. Steht doch endlich auf. Es geht darum, um die Erde zu zeigen. Um zu zeigen, dass ihr es wer seid. Dass ihr mehr als ihr im Kopf habt. Kämpft. Brennt ab, was euch kaputt macht. Wer würde das Churhaus als Christbaum brauchen? Der schönste von jemals. Die Erde zu verraten. Der schönste von ihm. Der schönste von ihm. Herr, du kannst das Leben sein.